Präsident Yoon Song-yeol wird Ende April auf Einladung von US-Präsident Joe Biden einen Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten absolvieren. Das gab die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit Kim Il-hae am Dienstag bekannt. Das wird der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit 2011 sein. Joons Staatsbesuch erfolge anlässlich des historischen Jahres des 70. Jubiläums des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses. Er werde der zweite Staatsgast in den USA seit dem Amtsantritt der beiden Regierungen sein, erläuterte Kim. Yoon und Biden würden verschiedene Termine gemeinsam absolvieren, darunter ein Spitzentreffen und ein für den 26. April vorgesehenes Staatsdinner. Dabei würden sie die Erfolge der bilateralen Allianz in den letzten 70 Jahren feiern und über die Ausrichtung ihrer künftigen Entwicklung tiefgründig diskutieren, hieß es weiter. Kim fügt hinzu, dass Joons Staatsbesuch in den USA ein historischer Wendepunkt werde, damit sich das Bündnis Südkoreas und der USA in Vorbereitung auf die sich rapide verändernde internationale Lage und die Ungewissheiten in der Zukunft noch besser entwickeln werde. Der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-hahn ist seit Sonntag zu Besuch in den USA, um mit der US-Seite konkrete Themen des Spitzentreffens zu koordinieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.